Wie der Vater, so der Sohn, ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, wie man immer sagt. Na ja, dann kommen wir mal in einer Woche wieder, aber. So, jetzt haben wir noch mal Zeit, um das Terminal zu lesen. De Soto Antonio. Zustand speziell. Patient wurde nach Sondervereinbarung mit der Familie eingewiesen. Auf rechtliche Beratung wurde im Beisein von Bezirksdirektor Cabot verzichtet. Patient darf keine Besuche empfangen oder Kontakt zu Hause mit aufnehmen. Solange der Patient kooperativ ist, sollte alle Nachbarn Annehmlichkeiten bereitgestellt werden. Keine Behandlung erforderlich. Anjela Starsky. Patientin hat sich selbst eingewiesen. Patientin hatte bislang keine Besucher und hat keine bekannten Verwandten. Patientin hat nie Verbrechen gestanden oder gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt, aber teils aus den Gesprächssitzungen gleichen den eines Pfeils, bei dem vier Studentinnen der Mass Bay Universität vergiftet wurden. Behandlung, Kunsttherapie. Behandlung, Kunsttherapie. Ergebnisse sind unruhigend, okay. Wahrscheinlich hat die auch so ne komischen Bilder gemalt. Was hat man gerade? Hält mich blöd? Smith Robert Bobby. Patient wurde vom Jugendamt von Massachusetts in die Obhut von Bezirksdirektor Cabot übergeben. Familie des Patienten ist ortsansässig, weigert sich aber ihn zu besuchen. Gibt seine Vergehen freimütig zu. Mehrfache Mord, Körperverletzung, Behandlung, Musiktherapie. Bachs Toccata und Fudge in dem Moll ist das einzige Stück, das sein Lachen beenden kann und er lacht fast durchgehend. Strange. Cherise Fennel. Patientin darf eigene Kleidung, schwarzes Leder tragen, solange sie weiterhin kooperativ ist. Patientin zeigt Symptome der oft missverstandenen Störung Paraphilie. Besuche von überprüften männlichen Partnern genehmigt. Klingt nach einer SM-Sitzung. Gespräche über diese Besuche mit Bezirksdirektor Cabot sind ein integraler Bestandteil der andauernden Therapie. Behandlung, Kontemplative Psychotherapie, Schocktherapie. Nachtkrieger. Wirklicher Name unbekannt. Patient feigert sich seinen wirklichen Namen zu verraten, behauptet er habe eine geheime Identität. Patient glaubt er sei ein Superheld, besitzt einen übermäßig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, muss von einigen Patienten getrennt werden, um Auseinandersetzungen vorzubringen. Behandlung, Realitätstherapie, umfassende Gesprächstherapie. Ich habe da ganz schön kranke Leute hier drin gehabt. Muss jetzt wieder komplett... Ne. Ha, da ist der Ausgang. Ne. Ha, da ist der Ausgang. Ne. Ha, da ist der Ausgang. So. Können wir doch eigentlich gleich zum Haus der Nacuanus gehen. Das ist doch hier gleich in der Nähe. Na sowas, hier liegt noch ein Söldner. Immerhin haben wir jetzt mal wieder eine Wackelpuppe gefunden. Ist ja erstmal eine zweite, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Wahnsinn, dass er mit der Rüstung nicht länger sprinten kann. Und hier kommt in der Ernst noch ein Haus, ja. Da sehe ich ein Feuer. Na ja, Haus würde ich das jetzt nicht mehr nennen. Ach, hier drüben. Wer? Haha. Laufen die jetzt um mich rum? Also um mich rum. Huch. Untergefallen. Eine Plasma Minigun? Alter. Ne, oder? Oh, ne Meierler Königin. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ein einzelner Radar. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ganz schon wieder vollgestopft, Eder. Hey. Ja. Sicher. Werfen Sie einen Blick darauf. Wie, was? Werfen Sie einen Blick darauf? Ich will einfach nur meinen Scheißen... Äh. Und einen doch so großartig ausgebauten Frachtraum werfen. Warum habe ich denn hier so viel mit? Kommt denn das alles her, das ganze Gewicht? Ach, hier. Genau. Ich habe ja noch hier einen Haufen Waffen. Super Hammer. Ey, da ist voll. Ich raste aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich da eine Meierler Königin anlegen soll. hey. Ach komm. Die ist doch witzig. Da verlieren Sie sich den Kopf abwerfen Über was Glück kannst du nicht bis dahinter spucken Nicht. Gib sie das Göttłos? ah ja doch ich werfe mal ein bisschen medics ein sollte ja nichts machen glaube ich und dann nehmen wir doch einfach mal die fat man und nehmen wir den raketenwerfer vielleicht nehmen wir doch die fat man das hier auch schnellstmöglich umfällt das ist wahnsinnig wie das nestvieh aushält stopp boom der was ja genau wirklich das haben wir ganz solide geklärt kurzen schmerz los ach verdammt jetzt habe ich das zeug gefressen was strahlung hat ich könnte auch mal der redaway nehmen dann geht auch mal die strahlung unter und dann kann ich mir noch ja nur die schale reinfallen so ich muss bestimmt in den untergrund gucken wir erstmal in das haus an was ist denn da hinten eigentlich war ein meyerler was ich glaube wir sind nicht allein rein fertig der war wahnsinn halt kugel doch nicht so weg ich glaube trotzdem dass hier unten noch irgendwas ist warum sollte ich jetzt hier hin bereits im haus der markanus wir sind hier ach da oben noch was noch weiter weg na ernst ist da hinten ein todeskralle wa natürlich ist ein todeskralle sollte man hier auf weiterflur auch anderes finden als sowas nein da werden wir uns mal nicht mit an anlegen sehr schnell ich muss einfach nur der stromleitung folgen oder da noch eine todeskralle da oben sind rust devils glaube ich ey was 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 wo kommen denn die alle her legt euch bloß nicht mit mir an alter ich hab hier da ordentlich waffengewalt mit krass wie gut man alles sieht mit diesem holo visier hier natürlich bründerer interessiert mich aber nicht ich muss da hoch ganz unauffällig wegschleichen ey da fang kein stress an da hinten ist ein leuchten da man die wohnen aber auch am arsch der welt das ist vor allem ach gule Ich habe etwas entwickelt gefunden ich habe etwas im Geld ich habe etwas gehört plagueir hier ups Es könnte ein Gegner in der Nähe sein Ihr habt uns nicht guck mal ob der was hat ich will nicht da hinkommen oder na toll ich komm da nicht hin großartig wo haben denn die ihr haus nicht zu fassen also die ganze zeit die waffe nachzuladen dabei hat es nur zehn schuss hier sind mächtig abgeschieden ich habe bestimmt kein besuch aber ich dachte das hier wäre es oder ist das da hinten würde ich jetzt mal ganz stark vermuten der festbeleuchtung nach zu urteilen wenn sie ersatzteile finden lassen sie es bitte wissen verdammt melde dich ich bin Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie fließt da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Klopf, klopf. Was? Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Ich gehöre zu Detektar Valentine. Du hattest um Hilfe gebeten? Oh, Gott sei Dank. Du musst dich sofort an die Arbeit machen. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Ich habe ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Nick's Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Ich habe noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Aber wir haben es überlebt. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden. Und ich kenne nur eine Detektei im ganzen Commonwealth. Meine Maske ist hässlich? Das ist die Rüstung, Junge. Die muss so. Ich bin hier, um zu helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt. Und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Geld verlangen. Pff. Jetzt haben wir noch Kohle bräuchten mit 30.000 Coins oder so. Die Infahnen. So, Herr Pfeil. Wirklichkeit. Hier bist du das Loch. Ich, wasигnaisch. Ich weiß nicht? Ich verstehe. Wirklichkeit. Vielen Dank.